Satisfactory Alright! Es geht los Leute, es geht los, es geht los. Early Access ist endlich raus, juhu! Ich starte mal eine neue Session, weil in der Alpha habe ich jetzt nur eine Folge gemacht und habe nicht viel gezockt. Aber dafür wird es jetzt rund gehen. Und ich habe in der Wüste gestartet, das war das mittlere Level. Jetzt kann man ja alle drei Levels auswählen. Und soweit ich weiß ist ja, also es ist eigentlich ein Planet und man kann drei verschiedene Spawnpunkte nehmen. So habe ich es mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht ob es stimmt, aber es könnte gut möglich sein, weil es glaube ich sogar wirklich der ganze Planet, wo man bebauen kann. Och, da ist unser Freund. Okay. So, dann fangen wir einfach mal an. Die Smirntel. Machen wir erst mal das Tutorial fertig. 2. Objektiv. Bitte in... To, tap. Zack. Ausanziehen. Yeah. 3. Objektiv. Bitte familiar... Ressourcen. Da haben wir was. Oh, da haben wir viel. Ist gut. Habe gedacht Wüste. Warum nicht Wüste und Fabrik... Fabrikationen herstellen. Das ist doch ganz okay. Hier mal... Oh, ist das ein See? Cool. Direkt ein See vorm Haus. Äh, wo war denn das jetzt? Äh, wo war denn das jetzt? Boah, freu ich mich schon auf Tier 4, 5, 6, 7, 8 oder was weiß ich wie weit es geht. Tück, tück, tück. Tück, 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 tück. Tück, tück, tück. Ja, lass mich erst mal farmen. Erst mal alles wegfarben, weil wir brauchen so viel. Oh, was ist denn das? Was ist denn das? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das? Wollt ihr mich verarschen? Okay, die ist neu... wahrscheinlich... essen. Puh, okay, die Pflanze ist gefährlich. Äh, erst mal was essen. Neue Viecher, was ist das? Oh Gott. Bestimmt auch wieder sowas komisches. Machst du mir Aua oder gehst du weg? Ach, das ist das Vieh. Das ist friedlich. Okay. Also hier haben wir Eisen. Hier war doch auch nochmal irgendwo Eisen. Hier, da hinten. Das ist doch hier mittendrin, ganz in Ordnung. Oh! Ist ja ein Vogel, ich hab gedacht, das wäre eine Pflanze. Okay. Sollte ich sagen, bauen wir hier irgendwie unsere Hub, oder? Können wir da Ressourcen abbauen? Von da noch holen? Bauen wir doch mal! Wie ist denn das? Passt sich das an? Machen wir mal jetzt so. Ah ja, das passt sich an. Macht halt so einen Pfosten hin. Okay. Da bin ich. Upgrade, Upgrade. Da, Upgrade. Äh, 10 Rohre waren es. Okay. Oh, ich bin so. Ich freue mich schon auf die Maschinen. Da müssen wir nichts mehr selber machen. Ah. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Da, Upgrade. Ta-daaaaaa! Joa. Danke. Soo. Achso. Äh, Copper. Ah, ist ja gar nicht so weit weg Equipment Workshop and Crafted Portal Miner Okay Equipment Workshop Äh, hier Nee Ach, das war doch hier Equipment Workshop Sechs Platten, sechs Rohre Machen wir erstmal sechs Rohre Jetzt machen wir sechs Platten So Equipment Workshop Wollen wir doch direkt hier ran, oder? Zack Äh, wo waren Missing Iron Hä? Achso, ja, nee Portal Miner Äh, Platten Na, wir müssen Kupferfarben gehen Alles klar Das war irgendwo da hinten Bin mal gespannt, ob es jetzt auch das Alien gibt, wo wir uns angreifen und so Also so richtig, oh nein, da ist wieder so eine dumme Pflanze Kann man doch vorbeilaufen Natürlich Dann kommt doch her Ganz schön nervig, die kleinen Viecher Ah Oh Komm her Alter Ah, wir haben so ein Alien-Ding gekriegt Tück, tück, tück Tück, tück, tück Tück, tück, tück Lass uns mal nach Essen Ausschau halten Was ist das? Was ist denn das eigentlich? Ach, das waren die Flower-Dinger Ich glaube, das war doch für Kompost so was brauchen wir 4 platten 8 4 platten so jetzt können wir einen herstellen können wir machen gleich 2 noch einen in diesem Kupfer 4 platten ansonsten müssen wir gleich nochmal farben gehen oder so brauchen wir noch mehr halt habe ich jetzt 4 ja das gute ist dass die keinen Strom brauchen oder irgendwas so jetzt setzen wir gleich mal einen da vorne hin ach der craft job das geht so schnell jetzt gehen wir noch zum Kupfer brauchen wir jetzt nicht mehr klopfen das ist schon ein großer Vorteil was ist das hier eigentlich Powerline ist ja automatisch unten drin in der Leiste da rein Kupfer nehmen wir auch gleich noch ein bisschen mit ja das reicht jetzt erstmal so jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir äh Workshop Portal Miner haben wir gemacht Equip Portal Miner und Place It haben wir auch Build Smelter to automate Smelter bauen wir doch mal ein so äh 5 Rohre bauen wir auch noch so so ach hier ist ja auch ein Kupfer vorkommen äh ein Eisen vorkommen dann ah da ist noch das Alien Ding hier da wollen wir mal gucken wo wir uns ausbreiten dann ne also wenn wir hier eine Mine drauf schmeißen wäre es doch geschickt wenn wir hier den Smelter hin bauen wisst ihr was ich meine so äh Iron da kriegst Iron Ore ach so Strom fällt natürlich ne Biomass Burner to Supply äh wo waren das Biomass Burner Ding da ne Powerline haben wir das überhaupt schon ah jetzt müssen wir glaube ich upgraden jetzt biomass das heißt wir brauchen 10 Platten 10 Eisen äh Rohre und 50 oh Gott okay das kriegen wir hin so da haben wir 50 Eisen ist jetzt auch kein Problem wollen wir einfach hinten von meiner das weiß ich jetzt hier tun umsetzen das tun hier her setzen das ist schon näher dran äh Pickup Miner müssen wir nicht immer so weit laufen äh so nun gut jetzt werden Platten noch hergestellt oh der Anfang ist ein bisschen träge bis die ersten Fabriken stehen aber dann geht's rund Leute so was brauchen wir 10 10 ne doch 10 10 das heißt hier 10 und hier 9 so und Upgrade Upgrade zack Tudum Dankeschön Ah ja jetzt haben wir hier genau unser Komposthaufen komm jetzt geht das auch ja das geht auch wie lang hebt denn das jetzt fängt es an mit Kabel produzieren alles klar tut da Aaah Ah gleich mal eine ganze Ladung Kabel Brauchen wir am Ende eh Fürs Sag mal Für den Strom Genau Wir können noch Biomasse herstellen Dann hebt es länger Oh das war es schon Na dann So Tun wir uns das noch verbinden Und dann ist die erste Folge schon wieder rum Wir haben Strom Wir haben Strom Und produziert Super Also bis zur nächsten Folge Bis denn Ciao